hallo meine lieben freunde des geflehten kabelsalats und herzlich willkommen zum 16 teil meiner tutorial serie wie geht eigentlich esp home ich denke jeder der schon mal das ein oder andere programm geschrieben hat wird es kennen man hat immer wieder code passagen die man an mehreren stellen verwenden möchte beim arduino zum beispiel schreibe ich dafür einfach funktionen oder methoden aber was mache ich dafür in esp home natürlich hat esp home dafür auch eine lösung und zwar skripts wie man jetzt dieses skript schreibt was man dabei beachten muss und wie man sie letzten endes dann verwendet das schauen wir uns im heutigen video gemeinsam an bevor wir aber mit dem video loslegen noch ein punkt in eigener sache und zwar wenn euch meine tutorial serie weiterhilft und euch meine videos gefallen dann wird es mich riesig freuen wenn ihr mich mit einem daumen hoch belohnen würdet denn das zeigt nicht nur mir dass euch meine videos gefallen sondern auch dem youtube algorithmus dass es sich lohnt diese videos weiter zu verbreiten und das unterstützt mich natürlich ganz immens an der stelle noch mal vielen vielen dank und ich würde sagen wir legen jetzt direkt los mit dem video brauchst du für dein projekt noch eine platine bei pcbway bekommst du zehn zweilagige platinen für nur fünf dollar als neukunde sogar kostenlos neben epoxidharz pcb es bietet pcbway auch flexible oder aluminium pcb wenn ich selber löten möchte kann pcbway auch gleich das bestücken der platine überlassen doch damit nicht genug pcbway bietet nämlich auch verschiedenste arten von cnc arbeiten an egal ob fräsen drehen oder laserzuschnitt aber auch die auswahl bei 3d druck lässt keine wünsche offen durch verschiedene druckarten wie fdm dlp und sla wird neben den üblichen kunststoffen durch selective laser melting kurz slm sogar der metall 3d druck mit vier verschiedenen metallen angeboten alle informationen dazu findet ihr unter pcbway.com und hier geht es jetzt weiter mit dem video im büro angekommen legen wir auch direkt los wir wechseln nach esp home legen ein neues projekt an und nennen das einmal script minus test wifi daten wie immer temporär wir sagen weiter wählen unser bord aus wie immer bei mir den d1 mini sagen next schließen den dialog und wechseln direkt in den bearbeiten modus hier tauschen wir jetzt die wlan zugangsdaten gegen meine secrets aus entfernen wie immer die unnötigen kommentare und jetzt können wir auch schon loslegen für das heutige beispiel habe ich uns einmal zwei switches und einen binärsensor schon mal vorbereitet und zwar einen demo schalter einen switch habe ich jetzt mal test sensor genannt warum seht ihr nachher und einen binary sensor der nennt sich in dem fall jetzt hier start action auch der name wird nachher verständlicher denn über diesen binärsensor da habe ich einen taster dran angeschlossen und dieser soll nachher eben unsere aktionen auslösen ich denke auf switch und binary sensor muss ich an der stelle nicht weiter eingehen das hatten wir ja schon im detail in dieser serie für alle die die videos noch nicht gesehen haben blende ich oben in der ecke mal in der infobox die entsprechenden videos ein wo ihr euch nochmal über switch und die binary sensoren informieren könnt normalerweise würde man wenn wir jetzt mit unserem tastendruck etwas auslösen möchten ja hergehen und hier jetzt zum beispiel schreiben on unterstrich klick doppelpunkt und dann jetzt hier die entsprechenden aktionen wie zum beispiel switch turn on sagen wir jetzt hier mal den demo schalter den nehmen wir jetzt immer um einfach eine aktion zu simulieren dann möchten wir zum beispiel zehn sekunden warten oder sagen wir mal fünf da müssen wir nicht so lange warten und dann möchten wir den switch wieder abschalten also schreiben wir hier switch turn off auch wieder demo schalter so und damit würden wir jetzt dafür sorgen dass bei tastendruck einmal unser demo schalter eingeschaltet wird fünf sekunden gewartet wird und dieser dann wieder ausgeschaltet wird wenn wir das gleiche jetzt auch hier bei unserem testsensor bezwecken wollen dann hätten wir hier natürlich auch die möglichkeit dass wir hier einfach sagen on turn on und dann sagen wir hier auch switch turn on demo schalter und den rest kann ich eigentlich auch einfach mal hier hoch kopieren so und jetzt hätten wir sowohl wenn wir unseren testsensor was eigentlich ein schalter ist einschalten dann würde der demo schalter für fünf sekunden eingeschaltet und genauso wenn wir selber unsere taste drücken dann würde genau das gleiche passieren das funktioniert aber das ist halt nicht so schön weil wenn man jetzt an dieser stelle irgendetwas ändert möchte man in der regel dass sich das hier auch ändert heißt ich hätte in meinem code immer zwei stellen an denen ich die gleiche änderung durchführen müsste und um das zu verhindern dass ich jedes mal zwei stellen ändern muss oder vielleicht sogar mehrere dafür gibt es eben scripts und die schauen wir uns jetzt einmal an ich speicher das ganze jetzt einfach mal und wir wechseln in die dokumentation von esp home hier suche ich jetzt einfach mal nach script und dann finden wir hier automations and templates und sehen hier unten script.execute das ist einer der punkte der uns heute interessiert also wählen wir automations und templates aus scrollen jetzt hier mal ein stückchen runter und dann finden wir ziemlich weit unten den eintrag script component und das ist es worum es uns heute geht und wie wir hier lesen können sind wir mit scripts eben in der lage eine liste von arbeitsschritten an einer zentralen stelle zu definieren und diese scripts lassen sich dann natürlich auch mit einem aufruf starten als erstes wie wir hier sehen schreibt man hier einmal script dann gibt man dem script eine eindeutige id das heißt script ist jetzt der erste punkt den wir uns in dieser tutorial serie anschauen wo die id auch wirklich ein pflicht parameter ist das heißt hier müssen wir keinen namen vergeben sondern bei scripts eben eine id denn scripts möchten wir ausführen und beim ausführen müssen wir eine id angeben dazu kommen wir aber gleich noch als nächstes nach der id folgt dann der parameter wenn und das ist eine liste unter der wir dann unsere gewünschten aktionen der reihe nach eintragen können als nächstes gibt es noch den optionalen parameter mode und darüber können wir steuern wie sich das script verhalten soll für den fall wenn es mehrfach aufgerufen wird das heißt wenn wir zum beispiel hier so ein delay in unserem script haben heißt das ja dass dieses script mindestens eine sekunde läuft denn wenn wir zum beispiel so ein delay in unserem script haben sagen wir mal von fünf sekunden dann hieße das ja dass dieses script eben auch mindestens fünf sekunden braucht bis es abgeschlossen ist und über mode können wir konfigurieren was passieren soll wenn dieses script innerhalb dieser fünf sekunden wo es läuft erneut aufgerufen wird wenn wir beim mode single angeben dann heißt das ein erneuter aufruf macht einfach gar nichts sondern das das wird einfach so lange ausgeführt bis der erste durchlauf durch ist und erst dann können wir dieses script erneut aufrufen die zweite möglichkeit wäre restart restart sorgt dafür dass die script ausführung die gerade noch aktiv ist an der stelle wo sie gerade ist völlig egal wo das ist abgebrochen wird und das script erneut aufgerufen wird dann haben wir noch die möglichkeit das wiederum sorgt dafür dass sich der aufruf zwar gemerkt wird aber der erste durchlauf erst abgeschlossen wird und der zweite aufruf dann eben im anschluss erfolgt das wäre also dann sinnvoll wenn man auf jeden fall sicherstellen will dass ein skript durchlauf immer bis zu ende durchgeführt wird aber ich im anschluss auf jeden fall den erneuten tastendruck oder was auch immer der auslöser war noch einmal ausführen möchte und die vierte variante wäre parallel und das heißt er würde einen unabhängigen durchlauf dieses script parallel zu dem ersten aufruf starten als nächsten parameter gibt es den parameter max runs dieser bezieht sich auf die modes cute und parallel bei single und restart ist es klar da haben wir nur eine instanz von unserem script laufen mehr können nicht gleichzeitig starten aber bei cute haben wir halt mehrere in der warteschleife gegebenenfalls und bei parallel haben wir sogar eventuell mehrere parallel laufen und mit max runs da haben wir eben die möglichkeit anzugeben wie viele einträge wir maximal entweder in unserer warteliste haben wollen oder wie viele ausführungen unsere scripts gleichzeitig parallel erfolgen dürfen wie schon gesagt unter then da können wir unsere liste an auszuführenden aktionen definieren und das war es eigentlich auch schon ich würde sagen wir kopieren jetzt einfach mal das script wechseln wieder nach esp home und fügen hier am ende dieses beispiels script ein er meckert jetzt natürlich noch dass er hier diesen switch nicht kennt insofern kopiere ich jetzt einfach mal hier alles was wir in unserem onclick definiert haben und packe das ins script und damit haben wir jetzt schon mal dafür gesorgt dass unser script my script genau das tut was wir vorher im onclick ausgeführt hätten das speichern wir und wechseln noch mal kurz in die dokumentation denn wir haben jetzt zwar unser script definiert aber wir müssen ja noch wissen wie rufen wir das denn jetzt auf und dafür gibt es die aktion script.execute und dieser aktion müssen wir einfach nur die script id übergeben und damit wird unser script ausgeführt das heißt in unserem onclick event da wo wir jetzt alles was in dem script steht machen möchten da schreiben wir jetzt einfach nur noch script .execute .leertaste und hier muss jetzt die id von unserem script rein also hier das my script und fertig ist der aufruf unseres scriptes diese zeile kopieren wir uns jetzt und packen die auch noch mal hier unten ins on turn on unter unserem test sensor was in wirklichkeit ein schalter ist und damit sind wir auch schon fertig haben jetzt hier in unserem script einmalig definiert was denn passieren soll und dieses script rufen wir an allen benötigten stellen einfach nur noch auf und wenn sich hier an diesem ablauf einmal etwas ändern soll dann müssen wir das nur noch einmalig in unserem script korrigieren und nicht mehr an jeder stelle wo es ausgeführt wird das speichern wir jetzt mal und wir installieren das ganze jetzt auf unseren d1 mini so die installation ist abgeschlossen binden wir das gerät mal in unser home assistant ein zuerst holen wir uns wie immer die ip adresse diese finden wir im log direkt hier oben ip address 192 168.5.160 die markieren wir uns kopieren uns die beenden das log und gehen nach einstellungen integrationen integration hinzufügen hier suchen wir nach esp home wählen das aus und tragen bei host unsere ip adresse ein das bestätigen wir home assistant meldet jetzt auch noch mal script minus test hat er gefunden das ist richtig also fertig und jetzt können wir unsere objekte aus dem projekt schon in der oberfläche einbinden also einmal auf die übersicht auf meinen reiter test hier sagen wir benutzer oberfläche konfigurieren karte hinzufügen und ich nehme wie immer die elementekarte dann hatten wir einmal unseren demo schalter dann haben wir einen test sensor und der binary sensor hieß start action das speichern wir mal und da haben wir auch schon unsere drei elemente aus unserem esp home projekt wenn ich jetzt mal den taster drücke dann sehen wir hier der demo schalter wird aktiviert und nach fünf sekunden schaltet er sich auch wieder ab wenn ich jetzt hier den test sensor einmal betätige haben wir das gleiche der demo schalter geht ein und nach fünf sekunden wieder aus gehen wir noch einmal in unser skript sagen hier noch mal bearbeiten so und hier kümmern wir uns jetzt noch mal um unseren test sensor denn jetzt gerade musste ich diesen schalter ja ein und direkt wieder ausschalten von hand damit ich ihn beim nächsten mal wieder einschalten kann um unser skript auszuführen das ist natürlich etwas unschön der kann sich ja auch selber wieder ausschalten also schreiben wir jetzt hier einmal switch punkt turn unterstrich off und beziehen uns damit ja auf unseren test sensor also dahinter die id test sensor und so würde sich der schalter jetzt selber wieder ausschalten da die schalter im turn on ein direktes turn off nicht unbedingt immer so mögen packen wir hier noch ein delay dazwischen und sagen einfach mal von einer sekunde und somit würde sich der schalter halt eine sekunde nach einschalten selber wieder ausschalten auch das installieren wir mal und wir wechseln direkt wieder in die oberfläche und wenn wir jetzt unseren test sensor einmal einschalten dann sehen wir schaltet dieser nach einer sekunde wieder ab und der demo schalter fünf sekunden später das kennen wir aber ja schon das war jetzt aber nur eine kleine vorbereitung und zwar wenn wir jetzt noch einmal in unser programm wechseln dann sehen wir dieses delay wird ausgeführt während unser skript myscript von dem execute hier immer noch läuft das heißt erwartet hier an dieser stelle nicht bis das skript fertig ist sondern macht direkt mit der ausführung der weiteren commands weiter das läuft also parallel wenn ich das nicht möchte sondern wenn ich sicherstellen will dass dieses skript zuerst abgearbeitet wird und anschließend noch weitere aktionen ausgeführt werden sollen dann habe ich auch dazu die möglichkeit denn wenn wir mal hier etwas weiter runter scrollen dann sehen wir es gibt auch ein skript punkt weight als aktion und damit sind wir eben genau dazu in der lage das heißt wenn wir jetzt also hier unter dem aufruf von unserem skript sagen skript punkt weight doppelpunkt mai unterstrich skript damit sorgen wir also jetzt dafür dass zuerst das skript ausgeführt wird und erst anschließend die sekunde gewartet wird und unser testsensor abgeschaltet wird das testen wir auch mal eben laden das ganze hoch wechseln danach wieder in unsere übersicht und wenn wir jetzt unseren testsensor einschalten dann sehen wir schaltet als erstes jetzt nach fünf sekunden der demo schalter wieder aus und eine sekunde später unser testsensor und dann habe ich jetzt gerade noch einen punkt übersprungen und zwar skript punkt stop und das schauen wir uns auch noch eben an und zwar gehen wir nochmal nach esp home in unser projekt jetzt nehmen wir uns hier mal den binary sensor und sagen hier jetzt mal nicht skript punkt execute sondern skript punkt stop und sorgen damit dafür dass wir wenn ich jetzt bei mir meinen taster drücke die ausführung von unserem my script hier stoppen kann auch das installieren wir nochmal eben wechseln wieder in die übersicht auf den reiter test wenn ich jetzt den testsensor starte haben wir das übliche verhalten was wir gerade gesehen haben er schaltet ganz normal nacheinander die beiden schalter wieder aus wenn ich jetzt aber während der ausführung den taster drücke dann habt ihr gesehen der testsensor hat eine sekunde später nachdem ich hier unsere start action ausgelöst habe wieder abgeschaltet denn davor war ja noch die eine sekunde verzögerung danach hat er abgeschaltet unser demo schalter der bleibt jetzt so lange an bis ich ihn von hand abschalte oder das ripp noch mal auslöse für alle dies nicht gesehen haben ich löse noch mal mit dem testsensor aus drücke direkt danach die start action und ihr seht der testsensor geht aus der demo schalter bleibt an und ich denke das soll es an der stelle auch erst einmal zum thema skripts gewesen sein ja soviel erstmal zu wiederverwendbaren code in skripts mit esp home ich hoffe ich habe nichts vergessen und ihr konntet mir bis hierhin folgen wenn ihr doch noch irgendwelche fragen habt stellt sie mir natürlich wie immer gerne unten in den kommentaren oder schaut gerne auch bei uns auf dem discord vorbei link blende ich hier ein findet ihr auch noch mal oben in der infobox bei uns auf dem discord werden täglich viele interessante themen rund um home assistant arduino raspberry pi 3d druck und natürlich auch esp home diskutiert wenn euch also diese themen interessieren schaut gerne mal vorbei wird mich freuen den ein oder anderen dort von euch begrüßen zu können ansonsten hoffe ich natürlich wie immer hat euch das video gefallen wenn ja zeigt es mir gerne mit einem daumen hoch abonniert falls noch nicht geschehen den kanal und klickt auf die glocke damit ihr kein video mehr verpasst ich würde mich freuen wenn wir uns im nächsten video und zwar gleich morgen wiedersehen denn da schauen wir uns einmal das thema bedingungen if then else und so weiter an und bis dahin verabschiede ich mich hiermit und sage einfach bis zum nächsten video ciao